hallo hallo schönen guten morgen so ich habe das nächste set raus geholt eben diese große rose mit dem herz lauf spruch und so weiter ja so sieht es aus diese drei farben sind dabei und das schwämmchen wie gesagt ja ich bin das grün ist einmal aber ich habe jetzt auch noch weitere aus den alten setzen da kann ich ja gucken ob ich da ja habe schon ausgepackt und habe auch mir ein paar masken ausgeschnitten eben mit dem kuli aufgemalt und ausgeschnitten die habe ich aus dem gemacht so ein größeres bisschen und dann die blume selber da musste ich da diese große nehmen habe ich da ausgeschnitten ja da hatte ich einfach aufgetupft und dann ausgeschnitten hier habe ich mit dem kuli eben die umrisse ausgemalt so und dann lege ich eben wenn ich mehrere mehr ausschneiden möchte lege ich paar post jetzt übereinander oder lasse ich zusammen und schneide aus habe ich dann 12 hier habe ich sogar dreimal gemacht hat man dann so zum ab maskieren genug ja das ist dann jetzt ja da habe ich auch das grün noch aus dem set wie gehabt schon passt gut glaube ich mal schauen genau und dann ist auch die anleitung dabei die habe ich jetzt eben ausgeschnitten aus als maske und auch die zwei blätter ich glaube das herz würde ich auch noch machen mal schauen oder es geht auch so genau so dann das ist 1 a das ist 1 b und das ist das 1 c gut hier ist ja so eine schablone drin deswegen brauche ich die maske nun dass ich das auch als hintergrund mal ordentlich hinbekommen so wie es sein soll hoffe ich immer wieder ein blatt aus diesem sketchbook und eben die größe ist optimal dann möchte ich mal diese rose auf tupfen ich mal schauen wie sie so aussieht ja wegen den blätter ist wieder so eine sache dass die da reinpassen gut dann nehme ich so glaube ja genau ach so ok so mache ich mit ich eben und wieder die seiten abmaskieren eben die karte schützen genau so dann kommt hell rosa dieses erst mal dafür hatte ich das glaube ja ich habe es ja schon ausprobiert mit den schwämpchen naja das ist nicht unbedingt meins anfangs sehr stark guck mal und dann ja naja mal schauen ich habe ja hier drüber noch gewischt immer wichtig die umrisse das ist schön dass sie schön intensiv sind die große hätte ich auch mit einer großen bürste machen können ich habe da noch eine aber ist nicht schlimm klappt soweit gut ok so dann kommt das schwämpchen und damit wieder hineinwischen so dann kommt die nächste und das wie sieht das denn aus irgendwie ja doch es ist so es ist so oder ja jetzt habe ich dich so so ne so ne genau das wieder so dann kommt die dunkle farbe ich glaube ich habe da noch andere rote das ist das gleiche ne ne ja dann nehme ich mal glaube ich mehrere nuansen gut hatte ich noch was rosa aber egal so dann nehme ich mal das was hier drin ist und als letztes dann dieses ganz stark zirschrot ne so was habe ich jetzt kommen wir eben so jetzt mal prüfen ja das war das rot und dann kommt das da drauf rosa jetzt jetzt kann das nicht hier nicht hier jetzt ich hier ich habe ich ganz vorsichtig, dass das nicht drunter kommt. Das ist alles so locker, deswegen diese ganzen feinen Elemente. Und dann werde ich mal versuchen, was Schönes zu machen ist. Ach guck, ein kleines Teil habe ich vergessen. Naja, nicht rausgeholt. Egal. So, 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 das da. Und dann kommt wieder das Schwämmchen. Oh, Mensch, vorsichtig. Vorsichtig. Wieder reinwischen. Mit den dünnen Teilen, gar nicht so einfach. Aber ja. So ist es. Ja, draußen wird gemäht. Okay, das. So, dann kommt das dritte Teil. Das ist jetzt auf der Seite. Da, ne, hatte ich schon gewischt. Mal ein bisschen mit den. Und da, hm. Muss ich schauen, dass ich das richtig auflege. Ah ja, so, hier. Okay. Alles gut, alles gut. Ja. Ja. Na, wie soll ich das jetzt so? Na. Und hier noch. Okay. So, da wollte ich jetzt diese dunkle, ganz dunkle, reinbringen. Soll ich oder doch nicht? Hm. Weiß nicht. Ja, doch. Mach ich mal. Die letzte ist stabiler, ein bisschen. Das ist schon auch gut, ne? So, wieder reinwischen. Ja, das ist jetzt schon nicht so einfach. Na ja, mach hin und her. Mach dich ein bisschen wenigstens. Na ja, ok. Genau, das ist die Blume. Ja, doch, ist was geworden. Ja, doch, schöne, hübsch. So, weiter. Dann kommen die Blätter. Die Blätter, Blätter. Da unten kommen die großen. Ja, kann ich hier meine Maske schon mal hin. Da. Da habe ich da schon mal eine Maske da genutzt. So, was war das jetzt? Ähm, diese Seite. Ja, genau. So, ähm, ja, klebrig ist sie hier. Ja, na, deswegen aber doch, ne? Das legt sich auf und dann kommst du. Ähm, oben drauf. So, das. Oder. Ja, doch. Okay. So hin. Ja, ist schon riesig, ne? Das leg ich mal so hin. Da. Dann kommt das noch drauf. Äh, somit maskiere auch, äh, ich auch die, ähm, zum Teil die, ähm, Blumen, ne? Die Blüte ab und auch, äh, sonst, ne? So. So. Diese Elemente. Ich hätte auch oben drauflegen können, ne? Diese Maske. Aber ist okay, so. Ja. Mhm. Habe ich wieder mit Grün. So, ein Grün. So, und ich kann jetzt mal hier weg. Und jetzt war das Grün. Okay. So, gut. Das ist erstmal helles. Und dann kommt das Dunkel rein. Genau. Ja, die Teile sind so. Ah. Locker. Muss ich nicht da aufpassen. Ja. 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 So. Du. Wo hatte ich denn noch eine? Seh ich nicht. Na ja, dann egal. Und dann kommt das, dann kommt das nächste drauf. So. So. Und dann kommt das in einen Bein. So. 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 ja dieses munkle wollte ich noch nehmen ja so ist es ok naja doch alles gut so dann kommt die zweite seite hin hier wollte ich noch sagen hier kann man sehen dass ich das abmaskiert habe und ist richtig gut so weit runter geworden ja dann muss ich mal hier schauen dass ich auch da perfekt abdecke dass da keine weiße stellen dann entstehen wenn man da abmaskiert obwohl kann man es ja dann auch noch nachfügen so und das kommt auch noch naja da kommt auch noch die knospen noch dazu blätter und die knospen das kommt alles hier rein in diese so hin dass hier noch auch die knuspe da noch rauskommt so platzieren ja gut so dann kommt grün ja weil ich so tupfen muss dann wird es nicht so gleichmäßig wie man es sich wünscht dieses grün aber egal blatt ein grünes blatt ist auch immer unterschiedlich sorry muss immer passieren diese ton so das ist das und dann jawohl da ist eine ja dann kommst du da drauf das bild kommen ja so das das dann kommt das dunkle das weil mit dem schwämmchen noch schlimmer würde ich sagen für mich gibt es ja leute die es richtig schön können mit den schwämmchen klar aber ja ich habe das nicht so gut hinbekommen genau haben wir das noch dann kommt noch die knospe so ist die denn da ja so muss man schauen wie sieht die dann aus erst mal ja genau die sieht so aus dass ich die noch ausschneiden muss hoffe ich nicht aber ja diese teile da reinsetzen ja 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 was ist da ja ok so kommst du aber erstmal man kann ja da nicht zu viel jetzt abdecken so so weit ja sind schon viele elemente dabei da muss man schon einiges machen so dann so das jetzt so, ich dachte schon, muss ich umdrehen? nein, alles gut so, so hier rein genau so hier ist grüppig das und das ok, dann kommt das dunkle so 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 sieht's aus und dann glaube die Maske kann schon ab ach guck ja doch obwohl ich brauche sie eh später naja gut ich habe sie abgemacht und da muss ich noch die Knuspe reinsetzen zwei ah ja die passen oh die passen ja perfekt Mensch das freut mich aber guck mal wie gut die reinpassen ne so das kann auch zu äh und das noch so ähm ja hier ja wie bin ich da so 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 und hier so und hier so, dann kommen wieder hellrose kommen nur zwei Farben hin ja, ich sehe, da sind es dann nur zwei naja okay so, dann hatte ich die dann warte mal ja so, das ist das oh, die ist echt intensiv so, das und dann kommt das rot dieses hier okay so, du kommst noch warte, erstmal genau oh, cool sehr schön, ne ja so, dann kommt dieses drauf ja 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 das ist das dunkle das ist das dunkle ja ja ist auch eine satte Farbe ja, ist auch eine satte Farbe gut so, dann kommt das ab oh, guck mal gefällt mir sehr so, dann wollte ich jetzt noch die äh, Schablone die Herzschablone aufsetzen so, ne aber davon äh, wollte ich das noch abmaskieren abmaskieren so 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 komm komm mal komm mal ja ich glaube perfekt wird es nicht werden aber vielleicht doch auch alles so weiter das sind hier einzelne Herzchen, ne so, das ist immer wichtig, dass die Schablone sitzt äh, dann kommen die Blätter mhm, aber die Knospen habe ich nicht aber ich mache sie vielleicht so Punkt, 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 ne so ein bisschen hier, die sind klebrig die Seite ah ja, das ist ich hatte auch ähm ähm paar auch Gegenrichtungen gemacht, ne deswegen so sowas ah ja so ähm ungefähr weil hier habe ich es nicht so sehr ausgeschnitten dachte ich, naja geht doch so ich würde sagen, ich lege es mal dort runter so, ne und dann noch das kleine wo bist du hier habe ich das kleine noch so das da ja, es ist immer wichtig, dass man die äh, aufstempelt oder wie, wenn man stempelt, ne Masken macht, dass die von post ist dieses klebe äh, die klebeseite auch bleibt, ne dass man da drauf das Motiv platziert dass es Halt hat ne so im sinne so ja kommt drauf an, welche Farbe ich jetzt nutzen möchte so aber wird schon wird schon gehen so naja so ok dann bleiben wir dabei mhm ja ich überlege, ob ich vielleicht Knuspe so absecken könnte oder so mal schauen wie die äh Herzschablon sich legt so dann legen wir mal drauf mhm doch ich müsste da abmaskieren bisschen was denkst du was denkst du was denkst du so bisschen ja ich glaube ich lege einfach so ein Stückchen drunter dass man nicht so viel davon von dann habe ich noch so eine stelle glaube hier ist auch noch bisschen was könnte ich da eventuell halte ich dann fest eben fertig so ich schaue mal ob ich das so hinkrieg oder oder da bleibt noch einer da bist du naja das Stückchen muss ich dann drauf lassen dann jawohl und zwar ich hintergrund hm was mache ich denn als hintergrund ich habe ja von einem anderen set noch so ein zartes rosa das werde ich wahrscheinlich da jetzt nutzen aber warte mal warte mal was nehme ich denn für ja diesen kleinen der hatte das hell rosa oh hier der rät echt stark immer gut wenn man es abfischt bisschen noch bevor bevor es los geht so da brauche ich ja nicht ich muss nur da wo es frei ist eben hat man dann diese flächen ja manche stellen sind nicht abmaskiert ja man kann ja eine maske perfekt machen aber ich möchte dass sie überall dann jetzt diese schablone sich gut macht hier kann ich dann wenn dann ab einfach da halte ich fest dass ich da nicht viel voll malen ja es ist echt ein so dezentes rosa und das gefällt mir da kann man schon auch hübsch wird aber auch kriegst du ordentlich hin hoffe ich so da habe ich obwohl ich kann bisschen einfach da dieses herz einfach abdecken und fertig schon mal ein bisschen runter bin ich da dann hier da kann weg weil ich schon durch bin ja ja faus ist echt zart ich hoffe die reicht für die schablone aus bis ich durch bin gut ich habe da schon was abmaskiert und da brauche ich nicht zu viel aber hoffe ich es wird schön oder so ein langes video wieder ja wie langsam bilder das was wir doch ja guck mal da und da immer weniger oder vielleicht doch ist es ok na schon und ich glaube könnte fertig sein oder ich hoffe ich habe da alles erwischt ok tadaaam die stunde der wahrheit die stunde der wahrheit so ja doch ne ja hier lassen wir gelten und hier ist das auch hey jo finde ich ist schön geworden naja paar so stellen hier war die maske bisschen drüber aber sogar die knospe doch hinbekommen so ein bisschen hier aber ja guck mal echt schön ja gefällt mir so arbeit ist schon steckt schon drin ne aber sehr sehr bin echt zufrieden jawohl so dann ist es eben das und hier die zwei ergebnisse ja guck ich habe da anders gesetzt spiegel verkehrt aber doch die farben ja nicht unbedingt dass die die richtigen sind aber doch ist schön auch die diese farbe sogar guck mal die tut sich schön machen so ihr lieben dann war es das danke fürs zuschauen und bis demnächst tschüssi